Ein Lügenballon ist ein Ballon, der immer dann platzt, wenn jemand eine Lüge erzählt. Sind Sie verheiratet, Natalia? Ja. Stimmt, ebenfalls glücklich verheiratet. Ja. Noch mal grob drüber zählen. Ich sag, nee, nicht schick im Kneichessen. Ich sag, hören Sie mal, ich hab den Unfall gar nicht gesehen. Wer es nicht erkennen kann. Ich hab Sie genau an der Bluse erkannt. So. Hätten Sie mal 100 Euro? Falls es nicht der Richtige ist, nehme ich das Messer. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Sehr gute Qualität. Mein Nebenjob ist Messerwerfer. Wenn Sie das Kartenspiel treffen, erscheint genau hier die Karte, die Sie gewählt haben. Und extra für Sie, meine Damen und Herren, ein Lügenballon ist ein Lügenballon. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020